Hallo, hier ist der Pferde-Podcast. Zu ungewohnter Zeit, wir wissen das. Wenn ihr jetzt vielleicht denkt, innere Uhr kaputt, muss ausgetauscht werden, zu viel Lambrusco getrunken vom Italiener. Nein, wir sind's zu ungewohnter Zeit. Mehr sagen's. Jenny, wir sind ja in der Adventszeit und wir haben uns was ausgedacht. Die Adventszeit ist ja eine besondere Zeit. Es ist die Zeit der Zuwendung, die Zeit des Zuhörens, die Zeit des Liebseins. Und wir haben uns was ausgedacht. Eine Idee. Wir haben die Idee geklaut, wir haben es nicht selber ausgedacht. Die Idee ist billig geklaut von einem anderen Podcast, aber wir sagen nicht welcher, weil es da oft um Pimmelwitze geht. Aber damit wollen wir nichts zu tun haben. Auf keinen Fall. Aber die Idee war nicht schlecht. Und du erklärst jetzt mal, wie die Idee lautet. Das Schlüsselwort fängt mit A an. Also. A, das gute A. Adventskalender. Ja, wir haben uns überlegt, wir machen einen Adventskalender. Und zwar jeden Tag bis zum 24.12. gibt's ein … Was kann so ein Podcast in einen Adventskalender tun? Es gibt virtuelle Türchen. Und jeden Tag wird eins geöffnet. Und hinter diesem Türchen … … verbirgt sich eine Geschichte. Wir machen das, was Podcasts am besten können, Geschichten erzählen. Geschichten von unseren Pferden erzählen wir ja einmal die Woche, immer, das kennt ihr schon. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit, da gibt's jeden Tag eine Geschichte von einem weiteren Mitglied unserer Pferde-Podcast-Familie. Sie gehört ganz fest dazu. Sie begleitet uns jeden Tag durch unser Leben. Die Rede ist von Lulu, unserer kleinen, schwarz-weißen Jack-Russell-Hündin. Seit sieben Jahren ist sie nun schon bei uns. Und wir haben jeden Tag Spaß und Freude mit ihr. Und die lustigsten Geschichten, die sie erlebt hat, die hat Lulu in einem Büchlein aufgeschrieben. Lulus Life heißt das. Ich durfte der Ghostwriter von Lulu sein. Und eine Geschichte aus diesem Buch lesen wir jetzt jeden Tag in unserem Pferde-Podcast-Adventskalender vor. Lulu erzählt, wie sie zu uns gekommen ist. Und bevor wir loslegen, gibt's natürlich noch die Hymne mit Manni und Lulu. Los geht's! Hallo Frauchen, ich bin Babyface. Eine Sekunde, genau eine Sekunde benötigt mein zukünftiges Frauchen, um zu wissen, dass es mein zukünftiges Frauchen sein will. Auf einem blauen Büroteppich tapse ich ihr entgegen, mit wedelndem Schwänzchen, gerettet von Pferdebesitzerin Luise aus den Krallen meiner bissigen Brüder. Schau mal, ich möchte dir jemanden vorstellen, kannst du haben, sagt Luise mit einem vorausahnenden Lächeln, wenn du gut drauf aufpasst. Sie lässt mich loslaufen. Am anderen Ende des Teppichs kniet sie. Frauchen. Eine Sekunde dauert es. Frauchen will mich. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ob mein Frauchen, eine selbstständige Buchhalterin in den Vierzigern und leidenschaftliche Reiterin, damals schon ahnte, was sie mit mir alles bekommen würde? Ein Schwanzwedeln zum Start in den Tag. Jeden Tag. Ein Häufchen nach dem Frühstück auf die Hundewiese. Jeden Tag. Ein Häufchen auf den Wohnzimmerteppich. Nachts. Einmal. Aus Versehen. Ein Hundekind als Schmuggelware nachts im Menschenbett. Wenn Herrchen und Frauchen nicht gut genug aufpassen. Ein kleines Hundekind, das von Herrchen und Frauchen im Rucksack durch seinen ersten Wanderurlaub getragen werden muss. Ein großes Hundekind und Tempomacher in allen Wanderurlauben danach. Ein kräftiger Pups mit, nun ja, würzigem Duft bei jeder Autofahrt, also mindestens einer. Ein flauschiges Überfallkommando für jeden Besucher unseres Hauses. Immer. Wer mir das Hochspringen abgewöhnt, kann als der neue Rütter im Fernsehen anfangen. Ein ziemlich heftiger Deckel beim Tierarzt, unter anderem wegen eines in die Brust gerammten Stöckchens. Einem Garten verbuddeltes, getrocknetes Schweineohr pro Woche, circa, als Reserve für schlechte Zeiten. Ein Büschel Hundehaare im ganzen Haus verteilt, jeden Tag. Nie mehr Langeweile. Das war der Prolog, das erste Türchen an unserem Adventskalender. Morgen geht's weiter mit der ersten Nacht im neuen Zuhause, Alcatraz am Kurparkteich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.